Christian, du bist seit zwei Jahren jetzt NBBL Head Coach. Wie hat sich das Team bisher entwickelt? Ich denke, wenn man in Betracht zieht, dass wir die NBBL als Entwicklungsteam haben, demzufolge den Schwerpunkt auf die individuelle Entwicklung der Spieler legen und wenig Einheiten haben, in denen wir wirklich als Team zusammen trainieren, muss man da den Fokus hauptsächlich auf die individuelle Entwicklung legen. Da haben die Jungs einen sehr, sehr guten Job bisher gemacht. Ich denke, jeder hat einen Schritt nach vorne gemacht. Aber auch als Team, denke ich, sieht man über den Verlauf der Saison Fortschritte. Und wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Saisonverlauf bisher. Ihr steht jetzt am Sonntag um 13.30 Uhr, vor allem sicherlich auch richtungsweisend ein Spiel, ein wichtiges Spiel gegen Hagen. Was erwartet die Zuschauer, die dort sicherlich zu in Strömen in die Halle kommen? Ich denke, es wird ein sehr, sehr intensives Spiel. Wir werden zwei Mannschaften sehen, die sich mit Sicherheit nichts schenken werden. Die versuchen werden, ihr Bestes zu geben. Und wahrscheinlich auch ein Spiel auf hoffentlich höchstem Niveau im Jugendspitzenbasketball. Was sind deine persönlichen Ziele jetzt für die Saison noch? Meine persönlichen Ziele oder die Ziele, die wir uns als Team gesteckt haben, sind jetzt, den nächsten Schritt zu machen. Wir haben es bisher glücklicherweise geschafft, zu Hause alle Spiele zu gewinnen. Das möchten wir natürlich weitestgehend beibehalten über die Saison. Wir möchten aber auch auswärts ein paar Punkte noch holen und vor allem individuell den nächsten Schritt gehen in unserer Entwicklung als Team und auch die Spieler individuell. Gibt es noch eine kleine Ansage für die Zuschauer? Ja, gerne alle in die Halle kommen und uns unterstützen. Danke Christian, das war's. Bitte.